Ich möchte einmal diese zwei Besen hier freistellen und dazu habe ich die Technik fotografische Freisteller. Was heisst das genau? Ich gehe in die Ebenen und gehe auf Kanäle. Da suche ich mir den Kanal, der die Borsten dieses Besen mit dem Hintergrund am besten trennt. Das könnte hier der Blaukanal sein. Dann gehe ich hin und sage Kanal duplizieren. Ich sage dem Freisteller und speichere diesen als neuen Kanal ab. Ich wähle hier das Auge und deaktiviere hier den Blaukanal. Ich schliesse dieses Fenster. Jetzt arbeite ich nicht in den Farben, sondern im neuen Alpha-Kanal. Ich gehe nun auf Korrekturen, Gradationskurve. Ich werde nun mit gedrückter Command-Taste und Alt-Taste auf dem PC in den Hintergrund klicken und es gibt mir auf dieser Achse hier in der Gradationskurve den Punkt, wo der helle Hintergrundton sich befindet. Dann gehe ich in die dunkleren Stellen vom Besen und klicke nochmals mit gedrückter Command auf Mac und mit Alt-Taste auf PC und der dunkle Punkt wird mir hier dargestellt. Ich mache nun den hellen Punkt etwas heller, indem ich nach unten ziehe und ich gehe hier nach oben, um die Borsten dunkler zu machen. Nicht allzu stark, in etwa so. Dann bestätige ich diese Kurve und nehme nun den Pinsel. Ich gehe auf die Farbe Schwarz und werde einmal den oberen Besen etwas einzoomen. Ich mache nun die Pinselspitze in etwa in eine solche Größe mit einer leichten weichen Kante. Gehe hier in die Ecke des Besen, drücke einmal und wähle nun die Shift-Taste und gehe hier oben hin. Dann muss ich etwas genauer hier der Kante entlang fahren, nicht bis ganz an den Rand. Man könnte hier natürlich auch noch ein bisschen mehr einzoomen, um das ein wenig genauer zu machen. Und werde auch hier unten das Ganze so gut als möglich von Hand, wenn man hier ein Vakuum-Tablet hätte, wäre das natürlich perfekt, dies ausmalen mit schwarzer Farbe. Danach werde ich das Ganze etwas auszoomen, mache die Pinselspitze grösser und werde nun hier in dieser Größe den Besen versuchen auszumalen. Hier unten kann ich auch bis beinahe an den Rand das Ganze mit schwarzer Farbe so in etwa ausmalen. Ich habe hier oben noch ein kleines Metallteil, das kann ich auch noch hier in diese Maske mit aufnehmen. Ich sehe jetzt, das ist ein bisschen zu weit weg vom Rand. Ich klicke hier nochmals hinein, drücke die Shift-Taste, gehe hier hin und kann das Ganze noch genauer ausmalen. So, Shift-Taste und da den Rand etwas genauer. Ich werde wieder ein bisschen auszummen. Um das Video etwas zu verkürzen, werde ich jetzt den zweiten Besen ebenfalls so ausmalen, aber mache hier einen kleinen Schnitt, bis ich das getan habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.